Ein neuer Tag hat begonnen und wir haben schon ein bisschen interessanter Input aus Asien erreicht. Okay, viele Märkte sind geschlossen durch Chinese Noir, aber es gibt rund um den Globus Spannende News, die uns gegebenenfalls sogar helfen könnten, eine neue Rallye zu sehen. Aber dazu gleich. Erstmal möchte ich ein ganz kurzes Statement abgeben, das vielleicht teilweise falsch interpretiert wird und ich möchte es euch einfach nochmal gerne von mir direkt sagen. Erstens, Leute, bin ich kein YouTuber, der euch irgendein mit einem Low Cap euch zum Next Millionär verspricht. Das ist nicht mein Content. Ich bin eher auf der seriösen Seite. Wenn ich ein Projekt promote, wo ich sage, das ist gut, bin ich selbst darin investiert und nicht klein. In der Regel bin ich groß investiert. Somit prüfe ich jeweils diese Projects und nicht nur über White Papers, sondern eben auch über die persönliche Geschichte. Für mich ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ich langfristig und nachhaltig in ein solches Projekt investiere und auch da ist es niemals eine Garantie, dass es auch ein Erfolg wird. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch eins versprechen. Ob in guten oder in schlechten Zeiten, ich werde immer für die Community da sein. Ich werde euch begleiten, sei es in Bullen oder immer im Bärenmarkt. Ich werde euch mit gutem Wissen und Gewissen jeweils darüber informieren, ob ich eine Sachlage richtig empfinde oder falsch. Natürlich sind da nicht nur jetzt Know-how dabei, es ist auch eine Mischung von persönlichen Empfindungen und natürlich auch Emotionen teilweise. Ob das jetzt richtig oder falsch ist. Da gebe ich jeweils mein Senf dazu. Was ihr draus macht, das liegt natürlich am Ende dann bei euch. Mein Name ist SwissCryptoJ. Wenn du mich noch nicht kennst, dann darfst du mich gerne unten rechts kostenlos abonnieren, denn bei mir kriegst du die wichtigsten makroökonomischen Themen plus eben auch alles um den Kryptospace. So bist du nämlich jeweils am besten vorbereitet. Für den Tag, für die Trades, um zu hodeln, whatever. Komm und bleib bei uns in der Krypto-Family. Also nicht vergessen, gerne abonnieren und wir legen jetzt als Ablos. Wir legen natürlich aktuell los mit dem vierten Green Index. Wir legen bei 52 Punkten somit weiter in der neutralen Zone. Da gibt es jetzt einiges, da müssen wir drüber reden, weil es doch wichtig ist. Es klingt manchmal unscheinbar, aber es hat immer so gewisse Effekte. Der Nikkei legt zu. Japanische Börse gibt ein bisschen Rallye vor. Aber, also ein bisschen, ganz klein. Jetzt kommt es aber darauf an, wieso passiert das. Das ist ja immer die Frage. Die kommen ja nicht einfach so jetzt als Lust und Laune und investieren. Aktuell, meiner Meinung nach, schätzen die Märkte die Lage etwas falsch ein. Und das ist ein bisschen gefährlich. Und das ist wichtig, dass ihr das auch versteht. Denn bislang, vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, habe ich nur immer über die Zinserhöhung geredet. Was aber auch die Bank oder die Nationalbank noch zusätzlich machen, sie bauen ja gleichzeitig die Bilanzsummen ab. Jetzt hier in Japan eben nicht. Da werden keine weiteren Zinsen erhöht und da wird auch die Bilanzsumme nicht reduziert. Also somit alles okay. Jetzt sieht das alles wieder gut aus. Jetzt kommen die Europäer, werden wach, gehen in die Märkte rein, denken ja, docken wir an. Die Amerikaner dann, da kann es dann nochmal kurz zum Schweißausbruch kommen. Denn es ist halt schon eben so, dass wir aktuell auf Messerschneide liegen. Ford kommt jetzt hier auch und sagt, wir werden Stellen abbauen. Aber das ist gerade gar nicht. Ford will bis zu 3.200 Stellen in Europa abbauen. Die Gewerkschaft will natürlich dagegen kämpfen. Es betrifft hauptsächlich natürlich Deutschland, aber es ist ein Zeichen, dass jetzt auch schon in Europa die Konsolidierung beginnt. Genau das, was ich euch erklärt habe in den letzten Videos, wie es gerade in den Staaten passiert. Was muss ein Unternehmen tun, um eben zu überleben, um den Marktbegleiter zu überleben? Man muss jetzt anfangen zu ellbügelen. Man muss die Preise reduzieren und man muss achten, dass mit der aktuellen Manpower das ganze Konzept auch funktioniert. Das sind extrem, teilweise hochkomplexe Prozesse, die da entscheiden werden müssen, je nachdem wie gross ein Unternehmen ist. Das KMU mit 50 Mitarbeitern ist natürlich einfach geregelt. Aber ein Unternehmen mit 10.000 oder mehr Mitarbeitern, da braucht es schon das ein oder andere Mittel mehr. Und jetzt wissen wir, Amazon, Microsoft und viele mehr haben schon grosse Ankündigungen gemacht von Stellenabbau. Das bringt die Fed natürlich unter Druck. Jetzt kommen die Märkte und sagen, hey, das sieht doch alles gut aus. Denn die Fed wird jetzt wahrscheinlich noch dieses Jahr die Zinsen wieder senken. Und das ist eine komplette Irrglaube, respektive eine Falscheinschätzung der Investoren. Warum? Weil man bis zu einem halben Jahr braucht, bis man sieht, ob die Zinseffekte laufen. Und glaubt mir, dass die Fed nochmals nach Februar nochmals 0,25% erhöhen wird. Das wird kommen. Sie müssen es tun, weil ihr Ziel von einer Rate von 2% wird da wahrscheinlich auch noch nicht rein. Es kann sein, dass sogar noch eine dritte Zinserhöhung geht. Und ja, sie nehmen das aktuelle Risiko der Märkte etwas in Kauf, dass es eben ein bisschen abschwächt. Dann brauchen die ein halbes Jahr, um zu schauen, ziehen die jetzt unsere Massnahmen. Funktionieren die? Gehen wir weiter runter. Das ist aktuell ein bisschen die Gefahr, die uns begleitet, sei es in den Staaten, aber auch in Europa. Das ist sehr, sehr wichtig für diejenigen, die gerade jetzt investieren. Ich sage aber, der Zeitpunkt, um zu kaufen, ist ein guter Zeitpunkt. Sei es Bitcoin, sei es Altcoins oder eben auch Aktien. Da müsst ihr euch natürlich auch schon clever informieren, in was für ein Asset ihr investiert. Ist es ein Unternehmen? Ist es nachhaltig? Wann ist er ICO? Macht er was? Bringt er was? Welcher Use Case bringt er? Gibt es dieses Unternehmen, die Idee schon x-tausend Mal? Investierst du in einen Durchlaufverhitzer? Oder investierst du tatsächlich in eine neue Technologie? Das sind so die Fragen, die muss man sich natürlich aktuell stellen, vor allem als Großinvestor. Und das ist eben die aktuelle interessante Frage. Und darum sage ich, wir schätzen, also nicht wir, ich schätze den Markt meiner Meinung nach richtig ein, aber das Falschinterpretieren der aktuellen Zahlen kann ebenfalls zu einer Rallye führen, weil dann viele aufsitzen und nachkaufen. Viele kommen dann jetzt wieder mit den Vergleichen zum letzten Bärenmarkt. Da will ich nochmal sagen, wenn du ganz neu bei mir auf dem Kanal bist, der Kryptomarkt hatte bisher noch keinen makroökonomischen Bärenmarkt. Das ist das erste Mal. Plus haben wir Krieg. Auch lange, lange her, wo die makroökonomischen Themen das miterlebt haben. Also wir müssen vorsichtig sein. Gut, dann haben wir im Kryptomarkt ein bisschen News. Also Gemini, wir wissen ja übrigens, die beiden haben ja damals auch mit Marc zusammen die Facebook gegründet. Ja, die haben sich dann irgendwie rausgeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Doku geschaut habt. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt hier ein bisschen interessante Bewegung rein. Auf der einen Seite sagt Gemini, wir müssen nochmal 10% abbauen, ihre aktuellen Belegschaft. Die haben schon massiv abgebaut. Ich meine, bei 1.100 Mitarbeitern aktuell liegen sie, glaube ich, bei 900. Jetzt wollen sie plus, minus auf 750 runter und so weiter und so fort. Aber was interessant wird, ist dann mit Genesis. Denn da kann es gegebenenfalls nochmal Hoffnung geben. Und dazu komme ich auf jeden Fall gleich. Aber zuerst für jeden, der jetzt dachte, oh oh, Krypto.com, wir haben den nächsten Fail. Ich kann mein Asset nicht auszahlen. Krypto.com ist gerade dran, den Zahlungsanbieter für Eurotransaktionen zu wechseln. Der sei anscheinend günstiger, moderner, sicherer und so weiter und so fort. Und sie rechnen noch mit ungefähr 72 Stunden. Dann sollte es wieder funktionieren. Also hier nicht gleich Angst haben. Ihr könnt die Coins ja auch wechseln und woanders auszahlen, wenn es was zu auszahlen gibt. Einfach das als kurze Info in den Euro-Raum. Ja, Genesis. Es ist optimistisch plötzlich. Und ich musste das Bericht von Reuters, habe das dann nochmal durchgelesen, und habe gesagt, okay, ich habe da was gefunden. Und zwar gibt es zwei Seiten, zwei Anwälte. Der eine, der O'Neill, der sagt, Genesis habe ein gewisses Maß an Zuversicht. Das ist eine Streitigkeit mit den Gläubigen. Wenn ich jetzt hier sitze, glaube ich nicht, dass wir einen Vermittler brauchen werden, sagt er. Ich bin sehr optimistisch. Auf der anderen Seite, und das hat mich eben positiv gestimmt, kommt Brian Rosen, das ist der Anwalt der Gläubiger. Und der sagt, ja, wir haben ja 1,5 Milliarden gefordert, und wir kommen dem tatsächlich immer näher. Also auch hier sieht es dann tatsächlich damit aus, dass es positiv wird und Genesis sich dann wieder aus der Insolvenz retten kann. Wer hätte das gedacht? Wenn das natürlich passiert, haben wir da auch ein bisschen bullische Stimmung drin, muss man auch dazu sagen, natürlich. Ich weiss nicht, wie das aktuell mit DCG läuft. Was da alles im Hintergrund läuft, das sind wir natürlich, wir erfahren eine ganz kleine Spitze des Eisbergs, der ganze Dreck liegt natürlich unterhalb der Sozeanzeige. Also wir wissen nicht, um was es da jetzt alles noch geht und was geschoben wird. Aber wenn natürlich Genesis gerettet wird, ist das im Endeffekt auch wieder eine Hilfe für Gemini. Und die können sich natürlich dann dementsprechend neu organisieren. Ob dann natürlich die Zusammenarbeit länger bestehen wird, werde ich bezweifeln, aber bleibt auf jeden Fall weiter sehr, sehr spannend. Ja, die schlimmsten Tage der Bitcoin-Miner mögen vorbei sein, aber ein paar wichtige Hürden bleiben bestehen. Und das ist jetzt nämlich das spannendste daran. Ein sehr interessanter Aspekt wurde in diesem Bericht eigentlich offengelegt. Ja, die haben gesagt, Moment mal, nach dem Halving, Entschuldigung, dann 2024, werden natürlich die Gewinne nochmal halbiert. So, das heisst, das Minen wird immer weniger rentabel. Stellen wir uns vor, wir hätten diese Strompanik im 2024 gehabt, wären sehr, sehr viele Minerunternehmen sehr schnell in den Bankrock gefahren. Zum Glück ist es noch nicht gewesen. Also wir hatten da ein bisschen wie einen Schuss vor den Punkt. Und genau das wird hier drin zwischen den Zeilen ein bisschen niedergeschrieben. Denn in diesem Bericht auf Cointelegraph.com geht man ein bisschen darauf ein, was machen denn die Miner aktuell. Und die Miner werden nämlich kommen und sagen, okay, wir müssen uns auscashen. Wir sind an eine Grenze gekommen, ja, wir werden im 2023 definitiv Gewinne realisieren. Und die Gewinne zu realisieren, die sind sehr aggressiv. Also die Abverkäufe der Miner sind sehr aggressiv. Die gehen nicht rein und machen jetzt diese Woche paar tausend Bitcoins, dann wieder paar tausend Bitcoins. Sie gehen gleich mit All-in manchmal rein und hauen den Preis nochmal weiter runter. Also auch hier haben wir eine kleine Gefahr da, dass die Miner, sobald sie einen gewissen Pick erreichen, und der genaue Pick kennt ja jeweils nur das eigene Unternehmen, wo sie sagen, okay, jetzt stossen wir wieder 20.000 Bitcoins ab, 50.000 Bitcoins ab, was auch immer. Es kommt immer darauf an, auf welchem gewissen Level sie gerade sind. Sehr interessant, was hier eben auch dargestellt wird und wo man auch sagen kann, dass sie eben sagen, ja, wir sehen aktuell Schwierigkeiten fürs Halving. Und da vermute ich, wird es nochmal entweder eine Konsolidierung geben, das heisst, es kann sein, dass Mitbewerber Mitbewerber kaufen, oder einige verschwinden von alleine, weil sie einfach nicht mehr deckend sind. Und da muss man dann wieder aufpassen, ja, denkt daran, Dezentralisierung, das Mining, ja, wenn das Mining dann irgendwann nur noch an einem Ort stattfindet, wäre es natürlich im schlimmsten Fall auch schlecht. Aber es wird aktuell, so laut Bericht, Gewinne realisiert, um in neue Technologien zu investieren, damit man schneller und kostengünstiger Mining kann. Ja, also sehr, sehr gespannt, wie das aussieht. Werden Sie wieder anfangen zu akkumulieren, dann ist es natürlich sehr positiv für die nächste Bullenrallye im Bärenmarkt. Ja, und zu guter Letzt haben wir eben diese Rallye. 25.000 Dollar sehen aktuell aus, als wäre das zu erreichen. Und in diesem Bericht kommt eben auch wieder die Information dazu, seid vorsichtig, denn wir haben Ungewissheit, wie sich das mit dem Dollar entwickelt. Wir wissen aber, und das kommt jetzt dazu, dass die EZP gesagt hat, wir werden noch ein bisschen weiter ziehen, auch wenn die Fett aufhört, und wir werden gegebenenfalls noch ein bisschen härtere Schrauben ziehen. Ob die das wirklich machen, da bin ich bei der Lagarde nicht wirklich so ganz sicher, was die Dame manchmal sagt. Ja, ich bin nicht so ein Fan von ihr, aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und jetzt kommt meine Frage, bevor wir in die Chartanalyse gehen, wo wir übrigens heute Cardano, Ethereum und Bitcoin anschauen. Was denkt ihr? Wo stehen wir gerade? Wie schwierig es sein muss, auch für Grossinvestoren, macht es jetzt Sinn, in Projekte zu investieren? Meiner Meinung nach, ja, auch wenn der Boden noch nicht da sein muss, sind wir auf dem Marktlevel, makroökonomisch gesehen, auf einem sehr tiefen Level, das jetzt spannend sein kann. Auf der einen Seite muss man aber auch bedenken, dass es sehr gefährlich sein kann, in der aktuellen Zeit, jetzt mit Hebeltrading zu starten. Respektive, da passt einfach auf, wenn es darum geht, gehen wir jetzt eine Rallye hoch oder runter. Was wird die Fett machen? Denn sobald die Fett kommt und sagt, Leute, wir haben euch mehrfach gewarnt, wir hauen jetzt die Zinspolitik weiter an, dann kommt wieder ein Schock, und dann geht der Schockverkauf runter. Der Dollar steigt, der Kryptomarkt sinkt, und der Nasdaq, wie aber auch der DAX, kommen dann unter anderem auch wieder ins Schwitzen. Also es ist und bleibt aktuell sehr spannend für mich als Analyst und natürlich hoffentlich auch für euch. Also wenn euch da noch der ein oder andere Satz in den Kopf kommt, dann haut es unten in die Kommentare rein. Würde mich natürlich sehr freuen. Und jetzt starten wir mit der Chartanalyse. So, liebe Freunde, wir starten im Dollar-Index. Der Dollar-Index baut sich hier weiterhin seinen absteigenden Keil und das ist ein Falling-Wedge. Ein Falling-Wedge ist ein bullisches Pattern. Wir sollten hier in der Akkumulationszone es schaffen, nach oben auszubrechen. Dann natürlich hier in der Target-Zone rumkonsolidieren, bis es nochmal rumgeht. Das Verfahren würde eigentlich aktuell die Missachtung der Investoren, der Warnung der Nationalbanken beinhalten. Denn wenn die Nationalbanken kommen und sagen, so und jetzt hauen wir hoch mit unseren Daten, dann kann das natürlich hier schon massive Auswirkungen haben und das wäre meiner Meinung nach auch eher etwas gefällig. Wie sieht es aus, wenn ich die Fibonacci nehme? Das heisst, der Dollar könnte hier natürlich um und ausbrechen. Wir würden im 0,236 hier in dieser Zone, hier könnte man Gewinne holen. Man kann nochmal einen Retest sehen, bevor es natürlich nach oben gehen würde. Denn erst wenn wir es schaffen, über das 0,382 zu kommen, dann würden wir auch das Pattern oder den Ausbruch aus dem Pattern bestätigen, würden wir davor abgelehnt werden, weiter nach unten kommen. Dann kann es sein, dass das Pattern komplett invalide ist oder wir ein anderes Pattern finden werden. Würde der Dollar steigen, würde bedeuten, dass der Kryptomark natürlich nach unten fällt. Also auch hier muss man natürlich weiter ein bisschen vorsichtig sein. Was sich natürlich im kleineren Timeframe ein bisschen abfindet, das sollte man natürlich auch beachten und natürlich auch erwähnen. Sieht jetzt natürlich alleine nicht nur bullish aus, sondern wir haben natürlich hier auch im kleineren Frame jetzt hier eine Möglichkeit auf ein Descending Triangle. Also den Support sehen wir hier. Wir hatten zwar hier kleine Ausbrüche, aber wenn man diese Necklein hier unternimmt, hätten wir auch ein Descending Triangle. Das würde uns gegebenenfalls nochmals hier auf die untere Trendlinie manövrieren bei ungefähr 100 Dollar und 60 Cent. So, das zum Dollar. Bevor wir ins Krypto gehen, schauen wir uns noch den Nesdeck an. Der Nesdeck ist ein sehr guter Indikator, insbesondere für Bitcoin, denn es natürlich von den Tech-Firmen her immer spannend wird. Darunter sind natürlich auch einige Mining-Unternehmen und aus diesem Grund ist es für uns schon ein sehr wichtiger Index. Wir haben das schon länger ein bisschen im Überblick und gucken uns eigentlich die Entwicklung des möglichen View-Patterns an, also Double-View-Patterns an. Was wir hier schauen, ist sehr, sehr wichtig, dass wir über 12.100 Punkte kommen. Das wäre in diesem Bereich. Das bedeutet, wir müssen hier hochkommen, damit wir dieses Pattern sehen. Wenn das natürlich nicht funktioniert, wenn wir hier abgelehnt werden oder jetzt auch hier eine kleinere Welle machen, dann wird das Double-View nichtig und dann wird es eher so sein, dass wir hier ein Bild sehen, das uns ein bisschen getäuscht hat. Es kann auch ein symmetrisches Strike entstehen oder aber auch eine Möglichkeit für ein Descending-Track. Was wir nicht hoffen, aktuell glaube ich nicht, dass es ausser einem Krieg in Taiwan wäre jetzt aktuell möglich. Das wäre das Schlechteste für den Nest-Deck, was passieren könnte. Aber wir behalten das weiterhin im Blick. Wir achten jetzt darauf, hier nochmal Schub bekommen. Aktuell gab es eine leichte Korrektur. Wir sehen dann, wie es hier weitergeht im Nest-Deck. Der DAX ist ebenfalls sehr wichtig, denn der spitzt sich zu einem Rising-Vedge zu. Und das ist hingegen wieder eine passende Antwort zum Falling-Vedge vom US-Dollar. Also auch hier, wenn wir weiter zukommen und uns ausbrechen, werden wir wahrscheinlich Richtung 0,5er kommen. Hier den möglichen Bounce sehen, der uns wieder nach oben bekommt. Wenn nicht, brechen wir sicher hier runter Richtung die Gewinnzone. Die Gewinnzone liegt dann zwischen dem 0,707er und dem 866er. Das heisst zwischen 12.960 bis 12.440 Punkten. Das wäre dann der Weg vom DAX. Dann starten wir mit Bitcoin. Und zwar bei Bitcoin gucken wir als erstes in den Bereich hinein vom CME Cap. Da habe ich gestern schon darüber gesprochen und ich habe euch gesagt, es ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass wir hier zu EMA 200 kommen und dann zurückfallen unterhalb des CME Cap und dann nochmal ein bisschen Kraft dazu gewinnen. Das liegt jetzt aktuell ein bisschen daran, wie die Strategie der Investoren ist und unter anderem eben auch der Nasdaq wieder weiterzieht. Wir sehen natürlich hier, und das ist wichtig, weil es im Daily ist, dass wir auf der Daily-Seite verlieren wir gerade etwas Kraft und wir sind immer noch mit der RSI in einem sehr, sehr übergekauften Markt. Die beiden Daten sind für uns sehr, sehr entscheidend. Es ist auch wichtig, wie sieht das Volumen aus? Kriegen wir heute neues Volumen? Aktuell ist das Volumen zwar hoch, aber es stagniert leicht wenig. Auch das ist sehr entscheidend für unsere weitere Entwicklung. Im 4-Stunden-Chart sieht das aktuell so aus. Im 4-Stunden-Chart habe ich euch das auch schon aufgezeigt. Es gibt die Möglichkeit hier eben, dass wir hier diesen bullischen Wimpel hier nach oben her bauen, respektive die Pull-Flag schön nach oben kommen. Das wäre dann die Gewinnzone bei 25.000 Dollar. Das würde aktuell passen mit dem, was wir auch bei Cointelegraph gelesen haben, dass eben die Ziele zu 25.000 Dollar möglich sind. Wir haben sogar, und das ist wichtig, eine Range zwischen 24.800 bis 25.800. Das bedeutet, diejenigen, die eben short sind, sollten gut bedacht sein und gut aufpassen, dass wir hier in diesem Level hier nochmal hochkommen könnten, bevor wir nochmal reduzieren. Ich habe euch gesagt, ich baue auf, habe bereits begonnen, Long-Positionen aufzubauen in kleinen Schritten. Ich rechne tatsächlich nochmal, dass wir mindestens in ein gewisses Level zurückkommen. Wir haben ja auch hier mit der roten Linie, habe ich euch gesagt, Last Call der Bären. Den haben wir hier schon mal angetestet. Wäre jetzt auch möglich noch für den Double Top. Da müsste man aufpassen. Bauen wir hier ein M-Pattern. Da würde ich uns ziemlich sicher wieder auf die R1 zurück manövrieren. Auch das ist sehr wichtig, dass wir uns niemals fixieren auf ein bestimmtes Pattern, sondern uns halt dementsprechend jeweils gut vorbereiten. Also dieses M-Pattern wäre aktuell machbar. Dann wären wir nochmal zurück, mindestens auf die R1 bei 21.500 Dollar zurück. Das wäre plus minus die Möglichkeit. Wir sehen auch hier, aktuell starten wir den Tag noch ein bisschen schwach. Aber wir kriegen erst noch bullische Stärke rein. Das sehen wir hier. Aber auch hier wieder ein bullischer Cross auf der bullischen Seite. Deshalb wird er nicht immens gross und stark sein. Ich gehe dann eher davon aus, dass wir hier gegebenenfalls beim Lost Call der Bären wieder abgelehnt werden. Und dann ist es tatsächlich möglich, dass wir ein M-Pattern bilden. Ein M-Pattern wäre ein bärisches Pattern. Wir würden uns also dementsprechend nochmal tiefer nach unten bringen. Also das zu Bitcoin. Da haben wir bisher eigentlich einen guten Riecher gehabt. Halten wir auch weiterhin so stehen. Finde ich primär eigentlich sehr, sehr gut. So, dann haben wir Cardano. Bei Cardano haben wir eigentlich auch relativ gut uns vorbereitet. Wir haben das bärische Szenario vorbereitet, was hier auf die 6,27 Cent ist, mit der Gewinnzone zwischen 22 und 20 Cent. Dann haben wir gesagt, aber wenn wir es schaffen, über die Resistance hier zu kommen, dann wäre das 0,5er hier bei 0,388 Dollar Cent. Und genau das haben wir eigentlich hier oben auch erreicht. Eigentlich sehr, sehr schön hinbekommen. Sollten wir es schaffen, die nachhaltig zu durchbrechen, werden wir vielleicht nochmal einen kurzen Retest sehen. Dann geht es ab in die Gewinnzone. Die Gewinnzone liegt zwischen knapp 44 Cent bis 41,50. So plus minus. Das wäre bei Cardano aktuell die Gewinnzone. Bei Ferium, auch hier haben wir es sehr gut vorbereitet. Also auch hier fürs bullische und bärische Szenario. Aktuell auch hier sind wir an der Resistance angekommen, haben relativ gut Widerstand gekriegt, sind zurückgekommen, haben die kleine Gewinnzone hier unten angelaufen. Das reicht manchmal schon etwas unterhalb der R1. Das war natürlich auch noch gestärkt. Das habe ich damals sogar noch erwähnt. Wenn eine Gewinnzone an einer R-Zone liegt, dann kann es manchmal einen ganzen kurzen Dip geben. Genau das ist eigentlich passiert. Ich lasse es trotzdem noch so stehen, denn man kann es noch nehmen. Wir warten jetzt ab, bis sich das Ganze weiterentwickelt. Sollten wir es auch hier nach oben schaffen, das 0,5 wäre ziemlich genau auf der R3. Das bedeutet einen relativ starken Widerstand, wie wir da erwarten. Dann kann es sein, dass wir auch hier nochmal einen kleinen und kurzen Schritt zurücksehen. Das bärische Target bleibt weiterhin für unser Worst Case. Das liegt dann zwischen 11.000 und 11.000 und 11.000.000 und 11.000.000 und 11.000.000 Dollar. Das ist unsere Range aktuell. RealTrader, die Ferium bei 1.634 Dollar. Also alles in allem eine gute Ausgangslage für beide Situationen. Auch hier kriegen wir gerade wieder so ein bisschen bullische Stärke zurück. Somit gehe ich stark davon aus, dass wir hier die Möglichkeit haben, auch hier nochmal kurz die R2 anzutesten. Auch hier, denk bitte daran, auch hier würden wir ein M-Pattern bilden. Also wäre auch dieses Szenario aktuell machbar. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn dir das Video etwas gebracht hat, wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen da. Du darfst natürlich gerne kommentieren, auch kritisch sein. Solange es konstruktiv ist, bin ich gerne da. Ich sage Tschüss und Tschüss, bliebe gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss.